Hey, 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 halli, hallo, Leute! Ja, Grüße aus dem Herzen von mir. Ich bin auf dem Server Multicube und ich spiele mit dem V-Pain-V Syndicate Games. Guten Tag. Genau, der V-Pain-V, ihr kennt ihn nicht, aber ich kenne ihn. Er wollte mal auf mein Summer kommen und ein bisschen trollen, griefen, aber ja. Und seitdem kennen wir uns und verstehen uns eigentlich ganz gut. Ja, kann man so sagen. Genau, und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt auch gleich in der Runde. Bis gleich! So, und dann sind wir jetzt auch in der Runde und gleich geht's los. Boom, ich hab schon ein Schwert. Ich hab dir mein Schwert. Geht gar nicht. Dann Eisenschwert. Geht auch nicht? Äh, doch, das geht. Oder? Nein. Nein, geht echt nicht. Äh, dann Steinschwert. Nein, geht auch nicht. Ey, ich hab Eis gefunden. Also muss auch Eisenschwert gehen. Ja, aber du findest kein Eisenschwert. Nein, ich weiß nicht, aber Goldschwert findest du, äh, äh, Gearschwert findest du, glaub ich, gar nicht. Hm, schade. Wär eigentlich zu geil gewesen. Naja, ich glaub, Eisenschwert kannst du eventuell finden. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber wenn, dann sehr, sehr schwierig. So. Ah, hier draußen sind sogar mehr Truhen. Das ist ja richtig awesome, wie viele Truhen hier sind. Äh, wo bist du? Das werde ich dir wohl bestimmt nicht sagen. Warum nicht? Warum? Ja, warum nicht? Nee, 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 nee. Ich sehe keinen Grund, warum du mir nicht sagen solltest. Nee. Oh Gott, ich höre Schritte. Paranoia. Paranoia. Ah! Ich bin gefallen. Ah! Also bist du wieder in deinem Spawn. Danke für den Hinweis. So. Ah, hier warst du schon. Interessant. Nein! Ich bin schon wieder... Hey, was ist da los? Alter, zu dumm zum Scheißen! Oh Gott, jetzt kommen diese Sprungplatten. Da habe ich immer Schiss vor, dass ich da runterfalle. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, das verändert das gesamte Spiel direkt. Was? Ich habe einen Bogen. Ich auch. Hast du auch Pfeile? Mh, ja. Ja? Ja. Wie viele? Ich habe 10. 10? Oh, das ist natürlich eine ganze Menge. Aber nicht im Vergleich zu 20. Ja, okay. So. Hm, ich glaube, du bist irgendwie in der Nähe von mir. Oder es kann auch sein, dass eine Truhe einfach so leer stehen kann. Äh, ich glaube nicht. Nein. Erdich. Und du mich auch, du Arsch! Und ich bin schlecht im Bogen! Oh ja, man merkt's. Lol. Boah, da hast du mich jetzt aber genutzt, ne? Jo. Nein! Was? Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich! So, wir sind jetzt auch in der nächsten Runde auf meiner Lieblings-Map. Ah, auf meiner Lieblings-Map. Jetzt wisst ihr Bescheid, was meine Lieblings-Map ist. Oh, meine Maus, meine Maus spinnt. Also ihr müsst wissen, ähm, die Maus, äh, also irgendwie habe ich ein paar Problemchen. Die Maus ist ja eine Gaming-Maus. Das heißt, äh, ich kann mir das nur so erklären, dass er ein paar FPS sieht. Und da mein PC nicht super, super der Beste ist. Also schlecht ist ja nichts zum Spielen, reicht es. Aber es ist halt nicht der High-End-PC-Übelste Sorte. Und das sieht dann FPS. Und mein Minecraft braucht 4 GB RAM. Und ich habe 8. Und daher bin ich am an, dass es halt kommt, dass dann die Maus ab und zu so ein bisschen zu wenig Leistung bekommt. Und, ja. Ja, da bin ich an der Maus selber. Das ist einfach nur der PC. Und deswegen muss ich mir auch so schnell wie möglich einen neuen holen. War ich aber schon drauf. Also ich komme mir keine neue Grafikkarte oder sonst was, sondern einen gleich fetten neuen PC. Oh, du bist so ein Wichser. Du kannst es ja mit der Maus einfach, wenn du verlierst, sagst du, das war die Maus. Wenn du gewinnt, sagst du, gerade hat die Maus funktioniert. Das ist ganz einfach. Hast einen guten Ausredegrund. So. Nein! Ah, jetzt. Bist du schon wieder, bist du schon wieder gefallen? Ja, das ist dieses Problem halt, das. Ah! Jetzt springe ich nicht. Der Mann, das ist doch so nupig! Was ist da los bei mir heute? In meinem PC ist es wieder sau warm in meiner Wohnung. Ich wohne ja in einer Dachgeschlossung, damit du Bescheid weißt. Und das Problem ist einfach, wenn es warm ist, dann der PC ist einfach nur am Rumspinnen so ein bisschen. Und das ist dann richtig beschissen. Okay. Hast du ein Schwer? Ja, drei Stück sogar. Oh. Oh, oh. Ah, hier oben ist sogar eine Truhe. Cool. Ach, da unten läuft das sogar. Werden da gepfiffen. So. Guten Tag. Und... Jo. Leute, ich habe einfach mal nicht getroffen. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hören solltet, das ist mein Bruder, der gerade GTA spielt. Und er ist ein richtiger Noob. Und ja, deswegen wird er die ganze Zeit von der Polizei verfolgt. Um mal einfach mal den Grund zu nennen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für eine Waffe? Oh Gott. Oh Gott. Das ist dieses Ende-Ei, ne? Mhm. Nein, mein Maus! Ah! Schon wieder runtergefallen. Nein, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ich konnte mich gerade nicht drehen. Okay. Um so ein bisschen... Ah, schon wieder nicht! Um so ein bisschen zickzack zu laufen, damit du mich nicht so schnell kriegst. Man kann übrigens sich ein Diamant-Schwert machen. Machen kannst du dir das auch. So. Uh, wo ist er? Hm. Sneakst du? Oder läufst du einfach nur weg? Läuft weg. Okay. Wir hoffen darauf noch irgendwas zu finden. So. Oh ja, immer mehr Pfeile. Oh Mann. Der muss sich gerade wegrennen. Da sage ich zum Kotzen. Wollt du nur einen Stick suchen von Eisenschwert, du Arsch! Eisenschwert. Oh nein. Achso, du suchst einen Stick. Ah, ich habe einen Stick. Oha. So. Ja, wo ist denn der, liebe Kalle? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da, wo du nicht bist. Echt? Da bleib ich zur Ruhe. Ja, echt. Hm. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Oh, hier kann man schön sterben. Das wäre es jetzt gewesen. Oh, war hier oben. War hier nicht mal eine Kiste? Ja, doch mal. Ah, Mama. Meinst du nicht irgendwas mit, das ist deine Lieblingsmap? Das ist auch meine Lieblingsmap. Merke ich. Oh. Irgendwas war gerade auf meinem Bildschirm. Keine Ahnung, was das war. Oh ne Scheiße, ich mach gleich X-Ray an, wenn ich dich nicht finde. Hey, du hast keine Hack-Klients. Nö, nö. So. Oh, 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 oh. Wären die Chests eigentlich nach einer Zeit, werden die Chests wieder übergefüllt, ne? Ja. Okay. Das heißt, schön merken, wo die ganzen Kisten sind. Sag mal, wo bist du? Das ist die... Ja, okay. Lass mich auf Ruhe. Du bist böse. Nein, ich bin voll lieb. Nein, du bist böse. Oh, okay. Dann muss ich das halt akzeptieren, dann bin ich eben böse. Ja, akzeptier das. Schluck. Dann muss ich eben als Rolle des bösen Menschen dich angreifen. Du Fixer! Oh. Oh, im Wasser. Im Wasser. Nein, nein, nicht mit dem Pfeil. Komm, wenigstens wie ein ehrenhafter Mann. Alles klar. Nein! Ich hatte jetzt schon zwei Enderflakes. Und ich glaube, 14 oder 13 Pfeile hatte ich jetzt noch. Okay. Dann machen wir noch eine Runde und dann... Was ist das? Willst du ein Spiel Grüße machen? So, das ist die nächste Runde. Ach so. Ja. So. Alles klar. Ich hasse Bogenfreaks, Leute. Ich hasse Bogenfreaks. Das ist mehr als alles andere, was ich hasse. Okay. Sollen wir diese Runde dann lieber ohne Bogen machen? Weil ich habe eigentlich schon einen Bogen mit fünf Pfeilen. Ich habe auch einen Bogen, aber ich habe nur einen Pfeil. Acht Pfeile. Jetzt habe ich null Pfeile. Jetzt habe ich wieder vier Pfeile. Okay. Ich habe gerade keine andere Waffe. Als Bogen. Alles klar. Zwei Sticks. Was bringen mir denn zwei Sticks? Ah. Und in meinem Haus. Ah. Oh Gott. So. Guten Tag. Du glaubst auch, ich habe keine Nr-Pferl, ne? Oh, lol. Ist halt einfach... Okay. Okay. Jetzt verpiss dich! Sag mir, wenn du zu wenig Leben hast, ne? Ich habe wenig Leben. Okay, alles klar. Lass mich in Ruhe! Ne, das will ich nicht machen, aber ich will was anderes machen. Mann! Lauf! Okay. Oh. Jo, geil. So. Oh ja, was zu essen. Das habe ich gebraucht. Oh. Oh mein Gott. Ich dachte jetzt so, ah ne, der macht nix. Tu mich so. Okay. Du hast wenig Leben, sagst du? Nicht mit Bogen. Ich habe kein Schwert. Ich habe nur Bogen. Deswegen habe ich dich einmal angeschossen. Achso. Okay. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Du hast kein Schwert. Warte, warte. Nimm mich noch ein bisschen hier. Ja, ich wollte den Schwert geben. Komm doch her. Nein, du willst mich töten. Nein, will ich nicht. Ja, ich sammle es ein, dann tötest du mich sofort. Ja, hier, 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 hier. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich bin ganz weit weg von dir. Siehst du mich? So, siehst du hier neben den Wagen. Warte, ich komme. Werf ich das Schwert hin? Nein, ich komme schon. Da ist das Schwert. Da ist das Schwert. Da ist das Schwert. Da ist das... Nimm den Bogen weg. Schmeiß den weg. Warte, ich schmeiß den Bogen weg. Da hast du... Ich kenn... Ich kenn... Schwarte, lass den Bogen weg, Mann. Ich raste hier aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Okay, ähm... Lass mich kurz überlegen. Die Lage checken. Alles klar, ich weiß, was ich tue. So, bis zu einem gewissen Punkt lädt sich ja jetzt mein Hunger wieder auf. Dann habe ich auf jeden Fall mindestens einen Schuss frei, um dich mit dem Bogen zurückzuhalten. Ach, du hattest schon ein Holzschwert. Ja! Oh, da hast du mich jetzt aber richtig genutzt. Wo bist du denn jetzt hin? Oh, da. Und auf gerader Linie ist es nie gut, auf einen Spieler loszulaufen. Ähm... Nein! Ich fass das nicht. Ja, Leute, das war's mit Syndicate Games. Ich bin die ganze Zeit gestorben. Das frustet so, aber ich fand es irgendwie witzig trotzdem noch. Ja. Also es war taktisch, so, wow. Also mir hat es echt Spaß gemacht trotzdem. Ja. Mir hat es Spaß gemacht! Ja, Leute, das war auf jeden Fall V-Pain-V. Da seht ihr mal, dass ich wirklich ein PvP-Loot bin. Ähm... Was ich eigentlich die ganze Zeit versuchen wollte aufzunehmen war, es sind Survival Games, aber es kam nicht dazu. Denn ich wollte eigentlich das so machen, dass ich eine Woche durchgehend Survival Games spiele. Weil ich glaube, das lasse ich noch ein bisschen sein und warten. Ich hatte ja zwar richtig Bock drauf, aber... Hm... Nee, noch nicht. Aber es wird irgendwie irgendwann kommen. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Wenn ja trotzdem mal wo ich gestorben bin, gebt dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann gebt einfach einen Daumen nach unten. Oder schreibt mir in die Kommentare. Oder gebt einfach gar nichts ab. Ja, auf jeden Fall, Leute, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch was auf Wiedergeschauen. Tschö. Leck mich am Arsch. Okay.